Ein Gesetz zur Besserstellung von Menschen mit Behinderung war eigentlich schon beschlossene Sache. Jetzt soll die Regierung überlegen, dessen in Kraft treten, um zwei Jahre zu verschieben wegen Budgetknappheit. Das Gesetz würde den rund 60.000 Menschen mit Behinderung mehr Rechte einräumen, selbst über ihr Leben zu bestimmen. Da gab es gröbere Missstände und die müssen beseitigt werden und alle waren sich einig, dass das mit 1. Juli 2018 beginnt. Alle Parteien stimmten dafür, die Opposition fürchtet nun einen Rückschritt in der Behindertenpolitik.